Hallo zusammen, ich glaube wir kennen ja alle die Hühnchen in CSGO. Wenn man die mit einem Molotow abwirft, lösen sie sich einfach in der Wolke von Fehlern auf. So und jetzt achte mal auf die Chicken in CS2, weil hier kann man sich jetzt ein leckeres Chicken Dinner fertig machen.